Heidi Klum stolze Mama, Leni modelt jetzt für beliebtes Mode-Label. Wie die Mutter, so die Tochter, Leni Klum macht Familienoberhaupt Heidi gerade richtig stolz. Die 20-Jährige hat mit ihrer aktuellen Kampagne den nächsten Mega-Deal kassiert. Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm, und im Klumchen-Garten natürlich sowieso nicht. Kein Wunder also, dass Top-Model Heidi Klum, 51, aktuell stolz wie Oskar sein dürfte, ihre älteste Tochter Leni, 20. Hat nämlich gerade erst den nächsten lukrativen Model-Deal an Land gezogen, für die spanische Modemarke Desigual. In ausgeschnittenem weißen Top, Jeats und einem gehäkelten langen Rock posiert die 20-Jährige Leni auf den aktuellen Werbefotos auf einer Picknick-Decke. Hoch über den Dächern von Los Angeles. Über 63.000 Fans auf Leni's Instagram-Account gefällt die Fotostrecke. Am meisten dürfte sie aber ihrem größten Fan gefallen, ihrer Mutter. Heidi Klum unterstützt Leni's Model-Karriere. Seit Mutter und Tochter vor drei Jahren das Januar-Cover der deutschen Vogue zierten, hat Leni einen kometenhaften Aufstieg in der Branche hingelegt. Sie stöckelte für Deutsche und Gabana über den Laufsteg, wolle zum Gesicht der Beauty-Linien von Christian Dior. Oder regelte sich gekonnt in Jeans aus dem Hause Ripley. Gut im Geschäft, könnte man sagen. Kein Wunder, dass man Model-Mama Heidi ihren Stolz ansieht, wenn sie auf Events gemeinsam mit ihrer Leni für die Fotografen posiert. Einen wichtigen Tipp hat sie ihre Tochter in einem Interview mit dem People-Magazin mit auf den Weg gegeben. Es ist okay, Nein zu sagen. Man muss es den Leuten nicht immer recht machen. Schließlich wird es immer mindestens einen Menschen in Leni's Leben geben, der hinter ihr steht und sie unterstützt. Löwen-Mutti Heidi